Und zack, Full Power Mode. Jetzt geht das Spiel doch mal los. La 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 la. Di 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 dumm, di 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 dumm, di 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 dumm. Und ich hab mich da selbst rein manövriert, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gut. Jetzt macht sie was? Sie zieht nach links wieder? Ja, nach links. Oh, nicht der Scheiß. Gut. Hier verlangen sie wieder die Zeit. Einfach nur die Zeit verlangen, das kann ich noch. Das ist noch nicht so schlimm. Ich hätte rausweichen müssen, können, sollen. Ich seh's schon kommen. Es wird so eine knappe Geschichte mit den Continuous. Vomit ist noch nicht mal der Schlimmste aus dem Spiel. Was kommt jetzt? Jetzt geht sie nach hinten. Oh nein. Oh nein. Hm, jetzt kommen von unten Kugeln. Und von oben kommt diese Scheiße. Jawohl. Okay, wenn ich jetzt zwischendurch mal kurz still werde, dann tut mir erst leid, aber ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Eigentlich sind diese Spiele nicht dazu gemacht, dass man dazu Kommentare macht. Das ganze Spiel war total unkonzentriert. Das ist einfach nicht das Richtige. Aber ich hab's geschafft. Oh, das war, glaube ich, die schwerste Karte. Nein, die kommt jetzt. Oh ja. Die bunte Hölle. Die bunte Hölle. Ich glaub, das waren die, durch die man sogar kurz durchfliegen konnte. Ich will's aber nicht ausprobieren. Ich will's nicht riskieren. Es läuft grad so gut. Es läuft grad so gut. Es läuft grad so gut. Komm schon. Komm schon. Komm schon, Yomu. Sei nett zu mir. Sei nett zu mir. Sei nett zu mir. Sei nett zu mir. Yes. Wo ist er? Gut. Nächstes Level. Final Stage. Die Kirschblüten. Oh. Kirschblüten. Nein. Symbol für wen ganz Böses. Oh, ich kann nicht mehr reden. Ich bin so fix und alle zwei Torhospiele nacheinander. Das geht so an die Materie, wenn man aber die Kommentare machen muss. Oh. Oh. Zu viel auf dem Bildschirm. La, 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 la. Bin ich... Nein. Und sie will sich rächen, genau wie Sakuya im letzten Spiel. Nochmal Yomu Konpaku. Eine Leiste. Auf Leben und Tod. Gut. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Aufdrehen. Abdrehen. Abgehen. Und sterben. Wuhu. Oh. Das kann ich so gut. Ich kann so toll sterben in diesem Spiel. Das kann... Das muss man mir lassen. So gut und so toll Oh nein, das war die, die ich meinte Jetzt kommt das Pentagramm des Todes Das Pentagramm Das Schwert-Pentagramm und es töte mich Fuck you, holy moly, Yomu Tod Geschafft, gut, ich glaube, es kommt direkt der nächste Boss hinterher Und zwar kämpfen wir gegen Yu-Yu-Ko Sai-Gyu-O-G Die japanischen Fick-Dich Namen Okay So peinlich, was ich hier gerade abschneide So Gar nicht gut Okay Okay Das ist erstmal eine volle Border Das heißt, ich habe ein paar Sekunden Laserbeams Following my laserbeams Jetzt gehen die laserbeams in die andere Richtung Genau Gut, dass es nicht Es geht sogar Jetzt kommen sie wieder in die Richtung Clockwise und geschafft Zack 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 Und der Fächer des Todes Yeah Sie fächert los Oh Gott Dieser Fächer ist schlimm Dieser Fächer wird noch so viel Unheil bedeuten in den nächsten Minuten Ja, jetzt geht's los Jetzt dreht sie auf Jetzt schießt sie immer schneller Zack 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 Eine Kugel nach der anderen Ich hab's geschafft In your face In your face In your face Mein voll power Auszögern Jawohl Und erstmal Moment Sicherheit Oder auch nicht Ich nutze es gleich Ich nutze es gleich Ich muss es nutzen Weil ich mit diesen Dingern überhaupt nicht klarkomme Ich komme mit diesem Boss Ich finde sie Teilweise leichter Teilweise schwerer Als Jumbo Und wenn ich da nicht noch so blöde Fehler machen würde Könnte ich sie sogar besiegen Der Gedanke Hey, ich hab noch ein Continue Der gefällt mir auch nicht Denn ich will sie eigentlich so schaffen Ohne mir da 30.000 Oh nein Bums Da taucht was auf Da wo die Weißen hingehen Taucht was auf Gut, das muss ich mir merken Eigentlich weiß ich das Aber ich Hach Konzentration im Arsch Ja Das klappt gar nichts mehr Komm, ich stelle mich einfach hier vorne hin Und dann gehe ich zurück Schaffe wenigstens noch die Form Gut Wenigstens etwas So, ausweichen, 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 ausweichen Die andere Richtung ausweichen Nach rechts Wieder nach links Warten Nach rechts Links Fucking hell Links Rechts Links Rechts Links Links Rechts Links Rechts Links Überall Gugeln Wow Schafft Okay Oh, fuck Fuck, daran erinnere ich mich nicht mehr Ich erinnere mich an gar nichts mehr hier Keine Ahnung, was abgeht Game over Do you challenge again last? Zum letzten Mal heißt es Continue So, wenn ich es jetzt verbocke, dann bin ich schlecht Dann schieße ich mir Dann gebe ich mir selber die Kugel Ich werde doch wohl eine Form mit Fünf Leben packen Und da kommt der Fächer Jetzt kommt er, der Unheilsbringer Jetzt kommt die Form Die Form, die ich so hasse Die Form, die so grausam ist Die Form, die ich früher so gehasst habe Die Fuck you Kugeln Okay Okay, Schmetterlinge Schmetterlinge, Schmetterlinge, Schmetterlinge Ein Leben weg Ein Leben nur weg Bums Bringt das was? Das bringt nicht mal was Ach man, man kann beim letzten Boss In der letzten Form nie die Bombe nutzen Das ist mies Das könnte ich so gut gerade gebrauchen Kommt da nicht noch irgendwie das Bombe Bombe Oh, ich kann doch auf sie zielen Ja Komm Und Bäm Okay Das Ende Wir dürfen jetzt 66 Sekunden überleben Dann ist Juyuko Geschichte 66 Sekunden Dann Bin ich durch Emero Du packst das Go Emero Go Emero Go Emero Go 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 Komm Komm Emero Emero Go Go Nein Nein Ein erster Treffer Kein gutes Zeichen Kein gutes Zeichen Und ich will es ohne Bomben schaffen Ich will es ohne Bomben schaffen Reines Ausweichen Ich will mein Großes machen 31 Sekunden zwei Leben Fuck Eine Bombe Eine Bombe für ein Leben Komm Gut Ich schaff das 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 Ich bin überhaupt nicht mehr konzentriert Ich bin so aufgedreht gerade Das ist das was nicht passieren darf Ich muss mich konzentrieren Ich muss mich Fuck you Komm 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 11 10 10 9 Border Border ist mir egal Ich lass die Border laufen Ich lass die Border laufen Ich lass die Border laufen Komm Komm Emero Emero Jawohl Sieg In your Fucking Face Bitch Yes User Oh Halleluja Okay Es gibt wieder ein Bad Ending Das sehe ich voraus Aber Puh Komm Zeig's mir Ja Oh Überlebt Oh Die Credits Ich sehe sie Ja Geil Uh 7 Project Shrine Maiden Perfect Cherry Blossom Mit dabei Zun Mal wieder Total arrogant Moment Das Spiel war nur von Zun Okay Special Fangs and Fang BBBG Und alle Testplayer Und an dich Uns Wie auch immer Emero Das bin ich Woo Okay Ich bin Emero Das war Let's play Perfect Cherry Blossom Auch genannt Toho 7 Jetzt habe ich 6, 7 und 8 fertig 8 war ziemlich alt Findet ihr irgendwo ganz in den Tiefen meines Kanals Auf jeden Fall Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis Dahin Bis